Musik Moin moin und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2 So wir gehen nochmal kurz zurück Und das Fakkel-Event mitmachen Das ist schon ein bisschen Fil-Animation, dieses Illusion Ja, die Lästien-Fakkeln sind schon vorbei, wir hauen schon um Alles klar Das finde ich ganz schade Habe ich jetzt meinen Lieblings-Part an diesem Event komplett verpasst? Oh, schade Hey, gerade da und wieder tot Ach komm schon Ach, diese ganze Verschlinger hier Ach, da unten die Champions, ne? Da unten die Champions Ja So, jetzt weiter aufs Schaubbild Das ist mein Gott Das ist mein Gott Kaffee, solche Macht Wunderbar! Oh, der ist kaputt. Wie geht der? Wir sind gesegnet mit der Merke seiner Flammen. Und je höher die Asche steigt, desto mehr Böses aus unserer Vergangenheit nimmt Asche. Mhm. So. Okay. Dann gehen wir zurück zur feste Wegmarke Blubb Ja, ich muss noch kurz die Verkleidung holen. Muss ich mehrfach holen? Ich weiß nicht. Es ist doch mäßig schon weiter. Ja, ja, ich bin nur, dass sie mir das jetzt anlegt. So angelegt, fertig. Okay. Hier unten ist eine Münze. Sascha hat das auch angelegt. Yo. Hallo. Hier ist so eine kleine Münze, ja. Oh. Die vielleicht noch nicht hat. Wie ist das wo denn? Ist okay. Okay. So, ich bin dann gleich in dem Zimmer. Oder kurz davor, ich bleib hier mal stehen. Er lag zum Greifen nah. Er lag zum Greifen nah. Der Vertrag hat den Krieg beendet. Wir sind schar. Tyrion hat zuerst uns gehört. Primus Kampfbrecher. Stahlfänger. Da seid ihr ja. Rührt euch. Ich hätte da ein paar Fragen. Ich bin nicht sicher, wie viel ich euch helfen kann. Ich denke, die Jahre fordern allmählich ihren Tribut. Meine Sinne und mein Verstand sind nicht mehr das, was sie mal waren. Nur eure Klingelschärfe als euer Verstand, Primus. Ich vertraue beidem. Was hast du ausgewählt? Ähm, das mit der Krone. Ich kenne jedes Junge, das diesen Pharah durchlaufen hat. Und jetzt laufen Soldaten, die ich nicht kenne, in unseren Farben herum. Sie zeigen Interesse. Dachte, vielleicht sind das Eltern, die mal vorbeischauen. Nachsehen. Geschieht ja häufiger, als zugegeben wird. Wie haben sie ausgesehen? Einer von ihnen hatte einen weißen Pelz. Östige Flecken. Hörner wie Krummsäbel. Also raus wieder. Versucht vielleicht mal in der Kantine. Oder in der Kneipe. Wenn ich das richtig sehe. Und wir mussten mal auftanken. Also ich bin jetzt draußen. Vor dem Punkt. Wir sind da so schnell hingekommen. Okay, und jetzt muss ich wieder rein. Prüf die große Halle. Prüf die große Halle. Ich werde in der großen Halle nachsehen. Durchstatt. Jetzt müssen wir uns die Leute hier anschauen. Was soll der denn haben? Eine Augenklappe oder was? Ja. Nur ein Auge. Er hat aber... Was ist denn mit dem hier? Eine Augenklappe? Ja, eine Augenklappe hat auch noch jemand anderes. So einen habe ich auch noch einen zweiten gesehen. Warte kurz. Kurz den Text mal. Das ist Krezia, Rücklock. Ihr kennt sie am besten. Sollte ich ihr nicht... Ihr jetzt sagen, was wir vorhaben. Oder später. Ihr ausmacht. Sie wird es nicht mögen. Entscheidet selbst. Jetzt habe ich ein Special Action Key. Ruft Rücklock zurück, um Alternativen zu besprechen. In denen Krezia euch nicht ermordet. Das mache ich mal. Er hat schon genug Sorgen. Auch ohne dass wir ihr das aufbürden. Wir werden die Abtünnigen finden. Sie ins Gefängnis legen. Dann erzählen wir Krezia alles. Gibt es sonst noch jemanden, von dem ihr fragen könnt, ob er etwas gesehen hat. Da ist eine Wache an der Tür. Wunderbar. Und dann mit der Wache. So. Soldat! Ich suche einen Charm mit weißem Pelz, rostigen Flecken, nur ein Auge. Ich habe ihn gesehen. Ist vor wenigen Minuten mit ein paar Freunden gegangen. Sagt er etwas von den Asura besuchen. Welchen Asura? Ja. Den, der uns oben bei den Höfen bei unserem Problem mit den Käfern geholfen hat. Kam mit Brimstone her. Doric, bitte komm. Ihr habt Ärger vor euch. Doric! Kommandeur? Ja, ich bin's. Wie habt ihr... Ich habe euch gebeten, den Kanal freizuhalten. Wisst ihr noch? Ich höre alles. Wo seid ihr? Eine Art Bibliothek. Oder was man hier darunter eben versteht. Nicht eine einzige wissenschaftliche Arbeit. Bloß ein paar Karten und Bücher über Kriegsführung. Wie geht? Hört euch das an. Ein Char, eine Zukunft. Von Wahlen Schreibklinge. Packend. Das ist nicht die Bibliothek. Das ist das Lagezentrum. Bankers Schreibstube ist auf der anderen Seite des Gangs. Ich wurde von ein paar Char, äh, gebeten hierher zu kommen. Dann haben sie mein Datenpad kontestiert. Gehen wir schon mal in seine Richtung. Wir waren in einem nahe, weil ich von zwei Heber großen Flukatis eskortiert wurde. Was zur Hölle ist das? Welcher von euch Idioten hat vergessen, ihn zu durchsuchen? Hey! Nein! Das ist mein... Was? Wie sehr stört es? Der ist im Norden angeblich. Ups. Muss er jetzt weg? Hier. Da unten? Ne, bei mir. Bei Dings ist... Bei uns. Wir sind alle hier vor der... Ich meinte, ich hätte da einen grünen Punkt gesehen. Deswegen fahre ich jetzt runter. Ich komme wieder zu euch. Sorry. Wird sogar angezeichnet. Hm? Wird dir angezeigt. Der Weg. Irgendjemand hat hier rum gemalt. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Naja, wir müssen auch die 20 Minuten voll bekommen, ne? Genau. Schwierig heute, ne? Ja. Für euch so. Ja, ruhig im Weg zu gehen. Immer. Immer. Stanz betreten. Joa. Ich bin sicher. Auf diesem Datenpad wären Infos über Ihren Drachen. Aber da sind bloß viele. Zeichnungen von toten Spinnen. Hunderte davon. Warum sind sie so detailliert? Wenn ihr Interesse an meiner Post-Mortem-Forschung über die Lubinella Cadentes hättet, wäre ich überglücklich, euch Schlauchgeratter. Au! Turf. Sofort. Enturio-Stahlfänger. Ich hätte mit euch nicht gerechnet. Macht die Tür auf, Soldaten. Aber meine Befehle lauten, glaub mir. Ich bin höher am Rang als die Person, deren Befehle ihr befolgt. Macht auf. Was ist so lustig? Verzeit. Ich vergaß, dass ihr diesen Norn unter den Tisch gesoffen habt. Kein Wunder, dass er sich an nichts erinnert. Alles ist vorbereitet. Die anderen sind schon unterwegs zum Treffpunkt. Aber ihr solltet euch beeilen. Todbringer wird nicht warten. Nicht mal auf euch. Wir kümmern uns um den Azura. Oh, den Göttern sei Dank. Moment, nein! Wie bitte? Aus dem Weg der B. Erwartet ihr, dass sich einen wichtigen Gefangenen untergegenen überlassen? Lass fighten rein. Das mach ich selber. Los, Ratte. Gib mir auch dieses Daten-Pad. Nicht aus der Rolle fallen. Gab dafür einen Erfolg. Wir fighten jetzt auch eingegeben. Okay. Gut. Mäh. Wo ist dieser grüne Punkt? Außen wieder, ne? Außen. Okay. Danke, Kommandeur. Diese Art von, äh, Situation liegt weit außerhalb meiner Fachkenntnisse. Nur ein kleines bisschen. Seid ihr in Ordnung? Sie haben mich ständig nach Aureen gefragt. Nach ihren Schwächen. Ob ich dachte, sie könne nach Krall-Kathorik noch einen Alt-Drachen besiegen. Geht und sucht Kass. Sie wird euch beschützen. Ich muss Kretzi erzählen, was hier passiert ist. Und danke, dass ihr an das Datenfeld gedacht habt. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, diese Exemplare zu zeichnen. Lork! Geht! Okay. Kommt auch gut voran. So, jetzt zu Kretzi oder an der Festpromenade. Ja. Okay. Ritlock, ich denke, ich weiß, wo Rilan steckt. Und ich glaube, er ist... Kommandeur, Todbringer ist aufgebrochen. Malice-Spione sagen, er habe sich davongeschlichen und sei unterwegs in die Berge westlich der Blutreste. Sieht aus, als hätten mehrere Dutzend Trupps das gleiche getan. Mehrere Dutzend Trupps? Unendlichen Legion. Alle schwer bewaffnet. Ritlocks Sohn ist unter ihnen. Was? Es kommt noch schlimmer. Sie arbeiten mit den Abtrünnigen zusammen. Ich bin gerade unterwegs, um Kretia zu informieren. Sie ist auch fort. Banga hinterher. Und sie sah besorgt aus. Ihr könnt sie vermutlich einholen, wenn ihr euch beeilt. Wir treffen uns am Durchgang zum Pass, Kommandeur. Bin schon unterwegs. Jari trommelt Braham und die anderen Imperaturen zusammen. Ich lasse euch wissen, wo wir uns treffen. Sichtung von Geistern. Verschwinden von Leuten. Wo sollen wir hin? Unten. Ah, da. Ja, nochmal Wegmarke. Und dann südlich. Irgendjemand schon mal hingelaufen. Oh, hier ist eine Münze. Hey, wann wir spielen? Kanal. Inanna. Da beginnt die letzte Instanz. Nee, das ist was anderes. Ja. Die Abschlussinstanz. Ja. Wollen wir die noch mitnehmen oder für nächstes Mal aussparen? Nö, das ist mal auch ja. Oh, wir machen es. Okay. Also es ist nicht drei Minuten oder so, ja. Wie bitte? Ist nicht drei Minuten. Ist keine so drei, drei Minuten Fertiginstanz. Okay. So ein bisschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Kanal. Inanna. Den Dialog könnt ihr noch machen. Ja. Hast gehört? Den Dialog können wir noch machen. Achso, jetzt habe ich schon beendet. Achso, dann beenden wir. Alles klar. Achso, dann bin ich vorsichtig. Vielen Dank.